Hallo hier bei KONTURISMO 7 mit dem Toyota 86 GT. Die Einstellungen sind wie gehabt, habe ich also seit dem letzten Rennen nicht geändert und damit geht es heute nach Brasilien Interlagos zum Race of Turbo. Fünf Runden werden es werden. Und dann gehts auch gleich los. Das Ganze natürlich mit anschließenden Uplay. Stiftung der KONTURISMO 3 mit der KONTURISMO 3 mit der KONTURISMO 3 mit der KONTURISMO 3 mit dem Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020